Abuse? Nee, nicht Abuser. Noch mehr Snatchers. Oh, die nerven langsam nicht. Du Abuser. Ich hab ja wieder noch Stimmkarten jetzt. Du hast doch nicht so viele, ne? Ähm... Pro Krieg, ich zeige Gesundheit. Drei. Nice. Ich hab immer noch ne grüne Shotgun, weil ich ganz vergessen. Ich hätte vielleicht mal ein paar blaue aufheben sollen. Ich glaube, ich weiß warum. Wir glauben, dass bei der alten Glut Dogmina ein wichtiger... Ey, die sind halt alle schlechter. Ich habe Palisero und ein Cleanerteam losgeschickt. Sie sollten das regeln. In ihrem letzten Funkspruch berichteten sie, dass sie sich der Nieder nähern, aber auf schweren Widerstandstoß. Und ihr und nicht wir. Also die Mission. Nicht das Verschwinden. Weil ich jemanden brauchte, der Befehle befolgt. Okay, ich hab beim ersten Mal Fehler gemacht. Aber wir haben den Job erledigt. Reicht das denn nicht? Ja, nur Team Support. Sehr gut. Ich wollte mein Vertrauen. Finde draus, was passiert ist und mach die Mine dicht. Kannst du Reifler am und drauf? Yes, logo. Das ist Sniper. Das ist Sniper. Ach so, du willst. Ach so, ich willst so. Das mag ich jetzt, wenn man so aufpasst, wo man Leuten glaubt, dass das jetzt das Gebäude ist, wo wir draußen gekämpft haben von innen. Das finde ich echt cool, sowas. So. Ich hab mal, wir haben alle Pipe-Bombs, okay. Gerade zwei reichen, glaube ich, für die Church. Tina ist auch hier. Okay. Los geht's. Ich hab' die Grinze mehr. Das ist nötig. Lass mich mal längs rumlaufen. Wir haben wieder die Müsse, dass wir keine Gefahr haben. Okay, können wir eh nicht schaffen. Oh, ich möchte davon was. Wir haben gar kein Toolbox dabei. Da ist ein Dickie. Aber ich glaube, jetzt können wir die Snitches sogar töten. Ui, was ist denn hier alles los? Das ist noch gar nicht die Mission mit der Church. Was war das jetzt für ein Mega-Lack? Die Ecke ist noch der Snitch. Das können wir glauben. Ne, das ist ein Feuer. Wir müssen... Oh, lol, wie hast du das denn gemacht? Lol, der Bot? Der ist echt besser als Betty. Ich dachte, dass du das was süßig hast. Hab mich weg. Was ist das denn? Heute ist mein Glückstag! Jetzt war's. Ich weiß, ob ich... Da ist noch ein Stun-Granet. Das war der Bot, oder? Das war der Bot, oder? Ich weiß nicht. Nein. Oh, müsste ich mal ein Hipfer? Nein. Es war meine Familie. Meine Eltern. Sie starben. Und ich tat nichts. Ich rannte bloß weg. Du wusstest nicht, was da geschah. Wie man wusste es. Du hast dich gerettet. Hättest du noch mehr getan? Wirst du wahrscheinlich heute nicht hier. Aber das war meine Familie. Ich hätte... Wir sind jetzt deine Armin. Du hast uns schon verdammt oft gerettet. Smitty berichtet, dass er in eurer Nähe eine organische Masse gesehen hat. Er meinte, es sei, was es auch sein Magen. Die Infizierten werden es bis aufs letzte verdammt. Ich weiß auch, dass die sind nicht weggeholten, was ist denn, Tina? Lass uns jedes Mal hier hinten hinlaufen, bitte. Werden wir die Masse zerstört haben. Ja, die kannst du alle darüber teilen. Toolkit hat keiner bei, ne? Oh, hier sind ganz viele Sachen drin. Munition und sowas. Tippes Update. Oh, hier sind Pillen. Wie kannst du dich heilen? Tina ist ein Bandantverband. Und hier sind auch noch viele andere Sachen. Ich starte, lass darüber laufen. Tina kam. Kriegst du die Punkte direkt mit der Kiss-Sniper von hier, Tina? Da müssen wir nicht laufen. Das ist gut. Ich habe es geschafft. Aber wir haben einen Zimer. Ich löse das letzte Ding kurz aus. Wo ist das denn? Das ist ja mega weit weg. Ja. Und lasst euch nicht wieder blicken. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, versichst du, ne? Noch haben wir's geschafft ohne... ohne... Alarm. Das kann ich euer Ernst sein? Ich bin von der Brücke gefahren. Bist du den letzten Arschern? Letzt bin ich geschubst worden. Diesmal hab ich einfach nicht hingeguckt. Bin ich da vielleicht vor der Hütte? Das wär auch zu schön gewesen. Was war das? Hat jemand schon mal sowas gemacht? Ach, so ne Kacke. Was ist das? Was ist das? Was ist das? In Deutschland, äh, longarm. Tollwoll. In Deutschland, äh, longarm. Tollwoll. In Deutschland, äh, longarm. Tollwoll. Woher, jetzt ist nur ne Waffencrate. Wenn ich jetzt nix... Wo wir all überleben müssen. Sturmgewehr! Das nehm ich! was ist der wasche das ding rauszimmer werfen gelernt jeder macht die tür zu Was war das denn für ein Wurf, Tina? Droppt ihr die einfach? Das ist mein Charakter, das ich aber auch nicht festhalten kann. Was ist das denn? Alle hängen immer... Ja, deswegen solltest du die auch rauswerfen. Oh Mann, ey. Dass ich da verrecke. Och. Good job. Ja, ja. Das war einmal derselben Stelle. Ich glaube, das ist ein Schöpfchen. Ist das jetzt ein Schöpfchen? Das muss ich schürzen. Oh. Oh. Ja und der OneHitor. Da kommt so ein Cleverfecher, da musst du immer weglaufen. Nicht stehen bleiben bei dem. Immer weglaufen. Immer, ok. Dann ready. Ebenfalls. Ich hab so viel Schaden kassiert, so ein Kack. Immer noch ne grüne Shotgun, das kann nicht wahr sein. Äh, er hat Pipebomb. Toolkit, also Pickupgun. Toolkit. Äh, ich kann siebenmal für die Stamina geben. Da hast du schon. Wäre nett, wenn ihr weiterzieht. Einpacken. Und dann nichts wie weiter. Cool. Are we ready? Nee. Äh. Ja. Engel, die sind praktisch gerichtet. 10, ne? Ist noch am shoppen. Hat der Blick einfach aufgemacht. Du wachst da. Ja. Uh. Nee, nee, nee. Ich mach doch was. Okay. Aua. Ich mach's dir. Aua drauf. Nicht, dass der Bot alles markiert, aber er könnte die Sachen einfach aufheben. Wenn sowas wie Geld ist. Aber so clever wie ihr seid, findet ihr sicher einen Weg vorbei. Oh. 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 Der Gesessen. Oh. 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 Was ist denn das für ein robustes Glas? Drei Schläge. Mann, das war bestimmt schrecklich. Man schmeckt fest. Oder Ausweg. Das geht man doch durch. Wie die Frau mit ihrem Mann. Und weil, der Mann hat sich durchgedreht. Aber, wenn war er es. Bevor er tot war. Genau. Genau. Was hast du da? Ich hab noch nicht einmal geschossen. Ich brauch keine Uni. Die ist komplett schlechter als alles, was ich hab. Das ist... Da kann ich auch bei der grünen bleiben. Bei diesen Aussätzen. So, sind wir ready? Ja. 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 Troll bei. Das ist weg. Nice. Ich hab dir jetzt ein dicker. Was? Nein. Ist das denn? Ich hab dir jetzt ein dicker. Es lag, warum lag das so? Die Wischmeißer war mit dir an. 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 Gleich kommt wahrscheinlich der Boss nach dem, was die gerade gelabert haben. Die Wischmeißer war mit dir an. 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 wenn die kommt. Da ist sie. Okay, lässt sich nicht bis dann. Ist sie verstorben oder ist sie sich verpiss? Diese Bots, ehrlich, hättest du doch mal Feuer werfen können, die Renate, ne? Oh, das ist so cool. Haube? ja wartet sicher jetzt auch gar nicht weg kannst du mal Shotgun-Munit-Roppen-Tier hier und die Fahne das reicht tu mir das Fass mit weiter jetzt mal haben die Hommel gekillt so du hast die Pipe-Oms ready, ne? nice I'm ready warum hast du denn das denn? ne bald das brauchen wir eigentlich gar nicht ja ich öffne das haben wir denn hier und komm nein lockt nicht hier nach hinter uns so ein dicker drin notfalls lasst ein Fenster mal auf und dass wir auch alles gute Note bekommen hier ist hier ist nur ne gratis Karte hier ist hier ist hier ist hier ist hier ist noch ein upgrade, ne? nach das letzte Fenster zu ja ich bald vielleicht warten wir die ja hier ist noch eine Bontage da easy game ja da 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 die das da da die Guck mal, ich hab Stacheldraht. Voll fancy, ne? Wer macht denn da nicht ready? Oh, oh. Welcher Schottkern nehme ich? Nimm ich die, oder nimm ich die andere? Schlagkraft macht man. Ich behalte die Meinung. Können wir das Team-Sport holen? Ja, ich kann. Ich kann ohne Probleme kaufen. Two Kids. Adi. Was, okay. Uh, I'm ready, too. Oh, oh, was? Hörst du am Sound? Die kommt jetzt irgendwo aus. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, zurück. Die hat mich. Tötet sie, ihr müsst die killen. Und hinter euch kommt ein Grabber. Toll. Dina, befreie mich. Na. Toll. Weil, bleached die Typen. Was ist denn jetzt hier von einem Wombo-Kombo? Toll. Toll. Ja. Da bin ich die Tür angemacht, das. Zum Hüsten. Ja, gut. Sie mich stellen. ab funktioniert die ist abgehauen die verbundet liegt also es verbundet sich dann und da musste die down jucken der sniper team unter deinem auto war gerade noch geld drin jetzt rechts von der tina da ist noch geld im auto unter dem truck hinter der ecke wieder das ist nicht rechts da ist ein großer die salier damals blitz steht an dem auto gerade jetzt weiter so Lass uns nicht warten, bis sie wiederkommen. Wer ist von dir? Auf dem Werker ist noch ein Springer. Ohwei, 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 nun bin ich ja mal wieder da. Da bin ich. Danke. 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 Ach, Mann. Und der Bot haut wieder ab. Der ist so nützlos. Außer. Der Bot steht einen Meter neben dir und haut dann ab. Der ist so kugelisch kaputt. Warte, Mann. Der ist so nützlos. Die nächste Horde kommt jetzt. Komm raus, da! Schalte das Fenster von den kleinen Firmen. Lauf noch fünfmal in diesem Supermorm. So. Noch ein Ding müssen wir, ne? Das ist ne. Katsching. Ganz unten. Start. 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 One-hunter-Nuthaus. Was pingst du denn da? Ein Haus. Was? Was hast du denn da gepinkt? Den Bot. Achso. Ja, der hat das noch nie gesehen, sowas. Ja, ich traue einmal Money hier. Ich brauche ein bisschen Shotgun. Wir haben noch Pipembs, ne? Aber ich habe einen Raum gefunden. Einfach unterhalten. Wer hat wie viel Leben hier? Wie viel fehlen dir, Tina? Keine Pipembs. Mama hat ja eine, die wird ja bestimmt benutzen. So, auch heulich mal. Das ist ja ein Fettsack. Start das Ding. War es das Word-Bleach? Mit dem Pew-Pew? Ja. Schatz, aber wie toll. Dicker. Okay, lasst euch. Ich halte die Leute frei. Hey, die Mauer hat sich weggeportet. Unfair. Ich halte die Mauer. Easy. Blubbert alles um uns herum. Hier ist die Waffenkiste. Uh, wieder eine RPK und eine blaue Bretter. Hier ist noch eine Bandage, Tina. Weil ich denke, was ist das denn? Was passiert hier mit mir? What the heck? Tina wird gegriffen und ich werde weggezogen. Hier ist die Bandage, noch? Ja, die Bitsch kommt. Da unten Alter, die hat mich schon wieder Ihr müsst die killen, schnell Ah, good job Als ob die immer auf mich gehen Was ist das denn? Ja, aber nicht gegen Was ist der mich? Ich habe mich one-headed Ey Na, du musst den Treue Wir sind alle unten Ja, das war's und blick Der ist da um Toll nicht Ja, beim nächsten Level kriegst du ihn auch wieder Das ist aber nicht gut Du hättest wahrscheinlich so weiße Waffen, ne? Ja, ja, ja Siehste, da wärst du nicht wieder Wer dachte, das können wir machen Was ist das denn? Ich stelle den Wotern Äh, warte, warte, ich stehe, ich lebe da Ja, du Komm schon, Rudi Der Wort läuft ja noch rum Man macht ja nix Ich muss jetzt einfach nur ausbluten Hier ist ein Verband hier, ne? Hier Und rote Fässer Nicht so schlimm Habt ihr das gesehen? Mal sehen, was wir hier haben Ja, aber ich war mal ready Wir müssen auf jeden Fall gleich irgendwo bei den Minen vorpushen Bevor da wir da auch unendlich kommen Und immer schauen, dass bei den Minen sind ab und an Fässer vor Oh In die Vordersterei kann ich mich auch um Probleme kümmern Schieß jemand auf das Fass Da kommt ein Arm Ach du Scheiße What the heck? Die lebt immer noch Okay, sie ist tot Tina, warte Hilfe Nicht auf die Zombies schießen Ich kümmere mich um die Weih, weih Hier ist ne Gratiskarte Tina, über dir Ist tot Kann jemand Shotgun-Ammo droppen? Ich hoffe mal Thank you very much Das reicht Dass die komische Ho jetzt gleich komplett tot ist Nachdem ich ja gerade so viel in den Rookspot reingerückt habe Das ist doch auch ein Miner oder was? Da oben kommen zwei große Ich kümmere mich um den Höhleneingang Ich kümmere mich um den Höhleneingang Ich kümmere mich um den Höhleneingang Wir müssen vorrücken Tina Wie komme ich hier runter? Ich kümmere mich um den Höhleneingang Ja, das ist ein Zombie Ah, der lebt immer noch Wir müssen jetzt wirklich vorrücken Da kommt immer mehr Okay So weiter Läuft ihr, ne? Guts da weg Guts da weg Ich Ich Bleach 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 Ja, ich ich kann mich um alles und ganz retten agat wir müssen wir brauchen gar hatten Abschütteln, aufstehen, weitermachen. Ah, das ist gar nicht gut. Wir brauchen Explosions für die Dinger. Oder wir müssen da schnell durchwaschen. Wir dürfen auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Wo war ich? Da war aber auch bei keinem der Dinger bis auf beim ersten so ein Explosionsding. Wie kann man so viel Pech haben? Oh, wei, oh, wei. Oh, wei, wei. Ah, das war scheiße. Ein bisschen mehr Lack und hätten sie sie geschafft. Ja, können wir machen. Ja, scheiß, was kommt wieder? Ich aktiviere die mal. Kommt. Ist sie da? Ja, da ist sie. Auf Blitz! Kommst du da aus? Ist gestunnt? Ja, ne, gemeint. Hier ist irgendwo noch so ein Kletterjumpy im Wald. Alter, der wusste es ja richtig ätzend. Ich hab wieder Cash, ich kaufe. Was? Ja. Komm, war da einfach noch eine Pipebomb. Zum Glück war kein Longarm oder sowas dabei, nur. Ich schau nie in die Autos. Ich hab nichts von Palisaro und seinen Leuten. Passt auf, dass ihr nicht genauso endet. Versperrt die Tunnel in der Mine. Och. Ah! Da ist nur noch einer. Mann. Fickt euch doch. Was ist denn hier schon wieder los? Letta. Ich komm nicht da raus. Hilfe! What the fuck, ey? Da ist es nütz, 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 nütz. Der rechts ist. Das ist noch einer. Du hast nütz, nütz, nütz. Mitigit oder Bleach? Kannst du das benutzen, hoffentlich. Danke very much. Wie bitte? Fürchterlich. Ne, achso. Uwe, uwe, das war ja fürchterlich. Ich finde, in dem Game kommen ab und an echt zu viele von den Besonderen. Ich habe komplett keine Granaten, keine Heilung mehr. Das war richtig mies. Woh, ne? Woh, ne! Ich mach das erste Ding kaputt. Doppelkurscher. Oh wow. Doppelkurscher. Nein! Oh, der Bot hängt fest. Nächster Ding ist gestartet. Das nervt mich, dass ich den Bot immer anmitte. Ich schätze ich immer vor mich. Ich kann das letzte. Mach mal das jetzt zu den weg. Von gestartet. Das sieht nicht richtig aus. Ist da oben noch irgendwas Gutes drin? Ähm, ein Shotgun-Amo und ein Upgrade. Wollte ich mal schauen. Aufpassen. Aufpassen. Das ist nice. Was? Oh, Vorsicht! Ach du Scheiße. Und der Raum ist auch nicht da. Du hast zwei Pipes. Ja, das Ding ist, wir bräuchten für hinten. Voll Vorteil, wenn wir ein paar Granaten auch hätten. Gleich für die Dinger wieder. Aber wenigstens können wir hier durch erstmal. Ja doch, benutze die auf jeden Fall. Vielleicht benutze nur eine erstmal. Wir können durch. Und der Raum ist, was es ist ein Ding. Was? 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 Wasser, die Tür öffn ich übernehme. Aber irgendwo entdecken. Oh, hier ist ganz viel Lila dran. Da ist richtig viel dran. Kiste, nice. Was geht da oben denn ab? Ohne Tesakam. Das ist nix. Molly. Das ist das aber noch eklig im Klauer. Die kommt wieder. Die Mahnenhilfe. Alle runter. Den Asch, schnall sie. Der Rücken aus Weakspot. Ich bin weg. Zu viel jetzt auch müssen. Das kann nicht wahr sein. Hat man als Host irgendwie mehr Argo? Nein! Die ist an euch allen vorbeigelaufen. Über euch ist es ein Longarm. Good job, Tina. Ja, heute ist besser mal voll. Alle in Ordnung, ihr seid doch zu zweit. Das Problem ist, weil die jetzt nicht tot ist, kommt die bestimmt wieder. Links von dir an der Wand, Notina. Voll das stimmt. In dem blauen Auto, Tina. Da ist vielleicht was. Hinter der Hütte ist bei dir noch einer, Tina. Und hier ist ein Summit, Tina. Ja, ich habe halt 360 Grad. Deswegen gebe ich dir halt Decks. Dann lasse ich jetzt verretten. SQ. Ja, das hast du davon. Jetzt hast du dich gehauen. Schieß auf das Fass. Oh, ne Kater. Oh, wei, wei. Hier oben ist hoffentlich auch wieder Mautesfass. Aufwärts aller durch? Ähm, nee, nee, noch nicht. Halt mal dein Fass auf jeden Fall. Nicht werfen dein Fass. Werf dein Fass hier oben hin. Schnell. Schnell, da kommt ein Rossa. Ist er fast da? Okay, das ist scheiße. Jetzt müssen wir laufen. Okay. Lauf den Gang runter, Tina. Jetzt müssen wir erstmal die Toller loswerden. Als ob. Wenn die weg sind, müssen wir durchlaufen. Ich gehe vor. Wie toller steht noch hier links. Hat er irgendeine Granate? Da müssen wir durchlaufen. Ja, das ist gut. Kill die Mock. Correcti. Okay, ich glaube, die ist tot. Kannst du einmal Shotgun-Armode drücken? Ja. Danke. Kannst du Dirk haben? Nein. Kannst du dir helfen? Das ist richtig. Ich muss laufen. Ich versuche zu laufen. Ich weiß, ob du Scheiße. Ich hänge überall fest. Ich hänge... Ach du Scheiße. Ähnlich, ey. Lass mich! Mach die Tür zu! Oh, wieso haben wir denn so ein Pech, da haben wir bei keinem ein rotes Fass, das heißt für jedes dieser Minen hätten wir eine Granate gebraucht. Weil wir vorher schon die ganze Zeit benutzt haben, die Nades. Wir haben Unmengen gepullt. Benimm dich. Oh Mann, oh Mann, ich habe uns gerade den One gecarried. Ach, Adrenalin pur. Ja. So, also wir brauchen Stacheldraht, so wie es geht. Stacheldraht? Stacheldraht. Legt die Mine mit dem Feldgeschütze in Schutt und Asche. Haut mit dem Fahrzeug ab, wenn ihr fertig seid. Und vielleicht Erste-Hilfe-Taschen kaufen. Alle Zeilung, weil damit teilst du auch tote Balken. Halt euch mal soweit voll, ich kann noch einen gleich mal sponsern, wenn ihr nicht genug Geld habt. Und rausgegelt mich. Achso, ich kann immer nur haben. Ja, ja, doch. Und zwar einmal. Ja, sowas kann man immer brauchen. Wie viel lasse ich jetzt noch, wie viel Kurs? Ja, ja, noch für's Banat. Äh, äh, alter Natina. Ob, oder... Ich mach, weil ich die Kanone mache. So. Dann müssen wir mal alles vorbereiten, ordentlich. Ich frag nicht, ob ich ne Jacke anziehen soll. Du musst runteratieren, ne? Ah, dann kann ich mich mal kennen von oben, hast recht. Jetzt mal alle zum Misskilln. Pfff, ach, das war close. Wow. Das war echt ein Irre. Wow. Äh, platzier dein Stacheldraht mal hier um die Kanone rum. Also, am besten so genau da. So, auch noch Knaben. Äh, lass die da, da, da ist gut. Weil von da kommen oft die Dicken hier aus der Ecke. Ah, das ist ganz gut da. Ist jetzt meins. Na drüben. So, was ist denn wir da für ne Karte? Wer dir ist die Karte? Oh, Nutzungsgeschwindigkeit, das kau ich mir denn mal. Das wird richtig nice. Und dann tragen wir mal die Kanonen hier, möglichst viele hin von vorne, also alle Patronen. Das Trade ist super geil. Ich hab mir jetzt grad gekauft. Fürm Granaten. Also. Basikaladen da. Doppel zu schnell. Ich bin ja echt der einzigste, der trägt. Oh. Mal kontrollieren, dass wir auch alles haben. Ups. Was ist alles, hier ist nur ne Bandage. Falls ich gleich einer raucht. Lila da Schneegar, nice. Ja gut, dann starte ich, ne? Ja. Ja, das reicht. Oder wir sind die Bar. Das ist gut. Dann. Letzte Partys starten. Kann mir einer die Zahmisch vom Rücken halten. Tina. Los, ob die Scheiße. Was ist das denn? Das ist aber Zeug. Da ist ein Sonderling. Sonderling. Oh, krieg ich den Tod? Nice. Ich hab ihn gekillt. Oh. Easy game. Ja. Okay, das ist richtig OP mit dem Kirk, was wir haben. Bitte einmal Zahmisch von mir fernhalten. Wir können abhauen. Oh ja. Okay, das war natürlich super easy. What the fuck? Als ob da direkt die Karte mit 150% Nutzungsspeed liegt. Wir sind einfach mal 5-mal schon leider mit durch. 10 Mal. Easy. Game. Puh, zum Glück hab ich uns in der Mission davor gecarried und natürlich noch durchgelaufen. Zum Glück bin ich voller Stamina und Sprint geskillt. Nice. 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 Einfach ein Priester von Skamina. Wie Maurice, ein Priester von Stärken. Das war geil. Weiß ich doch mal. Alter, haut er jedes Monster an Schei um. Das war unglaublich. Einfach mit seinem Stapel lieb. Wir haben ihm gesagt, dass er auf Stärke skillt. Das hat aber auch Fang gemacht. Schei ehrlich, wenn ich da erinnere. Ja, Mann. Wow, ja. Ich tank bei den Golems. Bei diesen Riesen. Oh, war das geil.